einen wunderschönen tag liebe freunde heute präsentiere ich mal wieder ein steckling von mir und zwar wieder mal auf steinwurler gezogen ungefähr zehn zentimeter größe wie ihr seht mache ich mini stecklinge bonsai stecklinge weil einfach der platz bei mir sehr gering sehr klein ist und dadurch bin ich einfach gezwungen solche kleinen stecklinge zu machen halt euch um euch zu präsentieren wie das aussieht wenn der wurzel sich gerade entwickelt wenn der wurzel gerade rauskommt aus dem steinblock wie ihr seht hat er sogar diesen steinblock aufgerissen und das ist auch ein super erfolgreicher gewurzelter steckling den werde ich gleich in die erde umtopfen der auch schon ein blattwerk gebildet hat wo gleichzeitig noch eine frucht ist die frucht wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich abfallen so leute so sieht erstmal so ein steckling mal wieder von mir aus ich wünsche euch einen wunderschönen tag nochmals auf wiedersehen